Wir haben ein Bett. Oh, ein Bett. Ja, wo kommt es jetzt hin? Kein Platz mehr. Tja, hm. Sehr schön. Ja. Nein, ein Auge. Also erweitern wir uns aus nochmal um ein Stock. Hm. Hm. Ich glaube, das reicht es nicht. Ich glaube, das reicht es nicht. Ja, es muss reichen. Oh, da ist ein Stein mit dem Fall. Ja. Ja. Das wollen wir jetzt gleich. Hm. Jetzt das Bett. Tut mich falsch rum. Wobei. So ist eigentlich auch ganz schön. Komm her, du Albi. Komm her, du Albi. Ja. Komm her, du Albi. Ja. Ich fäll mal ein bisschen Bäume hier, solange es Nacht ist. Ich schade dir nichts. Dann machen wir uns auch mal eine bessere Axt. Aber ich finde Exerse nicht so wichtig. Weil in Terraria geht es ja eher um... ...Smile-Nummy-Koster-Suchen und so. Also... ... 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 Schon wieder in der Höhle. Na, das ist Terraria. Ich finde jetzt ständig Höhlen. Geht dann rein... Irgendwann stirbt man dann, in der Höhle. Und dann merkt man, dass man eigentlich Das ist ja gerade das von Terraria, dass man immer von den Höhlen abgedenkt wird. Dann mal kurz reingehen und schauen. Dann hängt man dann wieder 10 Stunden letzten Folgen rum und verreckt. Und wir spawnen bei unserem Bett. Hervorragend. Du bist schon. Du. Und du. Jetzt mal schauen. Diesmal ist er das nicht. Da ist er nur runtergefallen. Das muss tief sein. Ziemlich tief. Ja, da. Ich frage mich, wie wir jetzt eigentlich wieder nach oben kommen. Das war unser Grabstein. Das ist ein Grabstein. Komm doch. Ja. 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 Amethyst. Ja. 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 Dann. Ja. Ja. zu begrüßen und ihr seht ihr auch was ich sehe unser erstes herz natürlich einlösen ja es ist natürlich sehr schön es war so schön dass man es feiern können unser erstes herz ich habe mich immer wurde weil das dann irgendwie immer kabel verlegt anscheinend bei diesem Pfeil fallen aber ich habe noch nie welche gesehen was sollen wir hier ja jetzt werden wir hier wieder rauskomen zu feiern ich habe gar nichts Ich habe einen gelben Blob erlebt. Ist hier eigentlich keine Märze oder so? Kein Eisen. Nichts. Das ist hier wirklich leer. Ah, da ist Eisen. Gut. Braucht nicht viel. Es kommt bestimmt noch. So, dass man dann immer so richtig viel Eisen finden will. Es wird noch kommen. Am Anfang hat man irgendwie immer wenig Eisen. Ich glaube, das ist bei Terraria normal. So. Gut auch nicht. Vielleicht wartet da ja ein Platz auf uns. Gut. 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 Verzauberter Puma. Wir müssen hier wieder der Pennis rauskommen. Da ist so viel Silber-Coins wie wir haben. Ja. Die darf ich mal nicht verlieren. Das dürfen wir nicht. Das wäre eigentlich so ziemlich schade, wenn ich die vielen Silber-Coins probieren würde. Den können wir uns nämlich richtig viel kaufen. So richtig viel. Ich weiß, ich gehe jetzt da runter oder da. Es sind aber auch Hirn, die sich immer kreuzen und treffen und teilen. Ich glaube, ich bin hier richtig. Ich weiß, ich gehe jetzt an. Ich weiß, ich gehe jetzt an. Ich heilig! Okay. Ich gehe jetzt an.